Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3896 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses kleine Gerät kann große Aufgaben bewältigen. Fast jeder hat es dabei. Dieses kleine Gerät kann große Aufgaben bewältigen. Fast jeder hat es dabei. Dieses kleine Gerät kann große Aufgaben bewältigen. Fast jeder hat es dabei. Wir wollen gemeinsam Spaß haben und tanzen. Meine Tochter lernt schnell. Wir wollen gemeinsam Spaß haben und tanzen. Meine Tochter lernt schnell. Wir wollen gemeinsam Spaß haben und tanzen. Meine Tochter lernt schnell. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Gib zu, du hast nicht damit gerechnet, dass ich so lange auf dem Surfbrett stehen bleibe. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Im Park habe ich die Ruhe, mich auf mein Studium zu konzentrieren. Das Zwitschern der Vögel beflügelt meine Arbeit. Im Park habe ich die Ruhe, mich auf mein Studium zu konzentrieren. Das Zwitschern der Vögel beflügelt meine Arbeit. Ich habe Pfirsiche mitgebracht und werde daraus ein Dessert machen. Ich habe Pfirsiche mitgebracht und werde daraus ein Dessert machen. Ob kalt oder warm, Sommer oder Winter, es ist immer wichtig, genügend hydriert zu sein. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Hast du schon meinen Teddy gesehen? Er ist mein bester Freund. Ich lasse ihn nicht mehr los. Hast du schon meinen Teddy gesehen? Er ist mein bester Freund. Ich lasse ihn nicht mehr los. Hast du schon meinen Teddy gesehen? Er ist mein bester Freund. Ich lasse ihn nicht mehr los. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Ich habe mir alles notiert. Dürfen wir die Ware morgen Vormittag liefern? Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Ich beginne oft frühmorgens mit dem Training. Am liebsten trainiere ich draußen. Der Hund hat einen steifen Nacken. Ich muss ihn massieren. Samira ist beim Zahnarzt. Nach der Behandlung betrachtet sie ihre Zähne im Spiegel. Samira ist beim Zahnarzt. Nach der Behandlung betrachtet sie ihre Zähne im Spiegel. Während des gemeinsamen Sommerurlaubs machen wir viele Fotos am Strand. Während des gemeinsamen Sommerurlaubs machen wir viele Fotos am Strand. Während des gemeinsamen Sommerurlaubs machen wir viele Fotos am Strand. Mein Herz gehört nur dir. Bitte glaube mir. Ich meine es wirklich ernst. Mein Herz gehört nur dir. Bitte glaube mir. Ich meine es wirklich ernst. Der Pilot bedient die Instrumententafel im Cockpit des Flugzeugs. Der Pilot bedient die Instrumententafel im Cockpit des Flugzeugs. Trotz Rollstuhl kann ich meine Arbeit immer gut erledigen. Ich habe alle Hilfsmittel, die ich brauche. Mein Hund und ich verstehen uns auch ohne Worte. Mein Hund und ich verstehen uns auch ohne Worte. Mein Hund und ich verstehen uns auch ohne Worte. Meine Strategie steht fest. Ich werde das Konzept gleich dem Team vorstellen. Meine Strategie steht fest. Ich werde das Konzept gleich dem Team vorstellen. Meine Strategie steht fest. Ich werde das Konzept gleich dem Team vorstellen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich werde das Konzept gleich dem Team vorstellen. jetzt gleich dem Team investigation. N Salvador pytanie. Gaal Sie zu spielen ganze 1性. Wir его hatten wirkeyen sehr gut. Wir sehen uns outro mit dir. Achsell uns. Bitte